Das fliegt ein Glas, Alter. Das summt richtig, richtig. Mega weird, ey. Und da klettern Fliegen am Glas rum, Alter. Alter. War das schon immer so laut? Alter. Ich kann mich nicht dran erinnern. Alter. Vor allen Dingen, das hört sich zwischendrin einfach so an wie so ein richtig rausgedrückter kleiner Mini-Furz, ey. Ja, ist einfach so und ab und zu mal so, weißt du, das ist so richtig so ein hoher Ton. Oh fuck, scheiße, sorry, sorry. Ja, komm, hier nochmal. Niki ist wieder da. Die ganze Zeit ging es gut. Oh, guck mal, wie so ruhig ist. Es war bloß Spaß. Kleine Niki. Ich musste mich gerade echt konzentrieren, ja. Ach so. Ja. Der Hinweis nahm sich nicht von selbst. Das ist ja. Zeigte Nehmerqualitäten. Die Steuerung, ey. Ich kann dir nicht jedes Game gleich steuern. Ich versuche bei jedem Spiel, ich spiele ja eben meistens nur Shooter, die Steuerung meines Game gleich zu lassen. Bis auf so ein paar Spezialknöpfe, die es in manchen Spielen gibt und in anderen wieder nicht. Ich möchte euch eine Neuigkeit erzählen. Du bist schwanger. Ich bin nicht schwanger. Ich bin nicht schwanger. Ich... Ja, jetzt will ich nichts mehr erzählen. Ach komm. Sagst du jetzt, das kann ich nicht leiden. Ja, ich will das jetzt unbedingt wissen. Erst uns anfixen und dann... Ich bin nicht mehr Single. Ah, okay. Das wäre meine nächste Vermutung gewesen. Matze hat schon in die richtige Richtung. Ja. Ja, nee. Also bis zum Schwangersein dauert es noch ein bisschen. Jetzt wäre ein bisschen sehr schnell gekommen. Naja. Man weiß nicht. Sprechen uns nächste Woche nochmal. Was? Wo ist eine Lootbox? Ich... Nee, ich kann ja nicht nehmen. Ich hab ja... Ich kann auch nicht nehmen. Was ist denn das für ein Grammeln hier? Wo wollen wir nehmen müssen? Ja, ich wollte noch was nehmen. Wir müssen nach Arten, glaub ich. Ja. Ein wildes Hin und Hergeränder. Ja, ich wollte... Hast du gerade geschlagen? Nee. Also bist du der... Der... Der Prolet? Nee. Das ist Micha. Ja, er hat ja auch schon geantwortet. Achso, ich hab gestört. Ich hatte Fliegen im Ohr. Mann, ich brauch hier Medikit-Pölöten-Kühe. Ich hab ja kein Gift-Spritz. Ich hab's vergessen, dass ich keine hab. Es wär lustig, wenn sie mir in der Kühe einfühlen. Also wir gehen davon aus, dass die Möp nicht wirklich voll ist, oder? Wie war's jetzt in den letzten Runden, wie ihr du es gespielt habt? Ja. Ja. Fünf bis sechs Leute meistens getroffen. Hm. Und umgebracht. Ja. Aber einmal war's richtig schön. Wir hatten das Bounty, die anderen hatten das Bounty. Ja. Wir rennen aufeinander zu und die rennen einfach an uns vorbei. Okay, und jetzt bin ich da. Jetzt läuft's halt nicht mehr so schön, ne? Klar. Wir sind doch eingespieltes Team. Oh, wart ihr das? Ja. Ach Gott, Leute. Jetzt hätte ich eigentlich Nein sagen müssen. Stimmt. Mist, warum haben wir Ja gesagt? Da wäre die Verwirrung komplett gewesen. Aber ich musste hier nochmal kurz wegen Medikit. Mann. Ist keins hier, Alter. Ach komm. Ist safe. Kannst bis hier rüber rennen. Ja. Nicht guck ich da nochmal aufs Klo. Okay, der ist jetzt genommen worden. Der ist jetzt einfach rein, oder? Matze, machst du da hinten den Lärmö den unten? Ja. Okay. Und da hinten, wo die Schüsse herkommen, da ist auch der Boss. Habt ihr schon Medikit gefunden? Nein. Ich hab aber, ich bin ehrlich, jetzt gerade auch nicht aktuell dran gedacht. Danke. So denkt ihr an eure Mitspieler. Also ich schon, aber ich hab das jetzt noch keins in dem Saftladen gefunden. Aber sie ist wenigstens ehrlich. Muss doch hier Medikit geben. Also hier oben ist auch keins. In dem scheiß Drecksladen gab es schon keins. Hier unten drin auch nicht. Ach, das kann nicht sein. Jetzt nehme ich. Aber guck mal. Jetzt find ich gleich eins. Direkt beim Boss ist doch auch Dings. Ist doch ein Supply. Ja. Ja, aber wenn ich nicht bis zum Boss komme. Oh shit. Achtung. Stachel, Ligger. Warte. Ne, ich hab schon. Achso, gut. Ich hätte eh vorbeigeworfen. So, hier ist auch kein Medikit. Jetzt nehme ich eins. Wird so riskant. Heckenschützen überall. Achso, ich habe einen Kugelfänger. Weil ich müsste auch zum Supply. Ich brauche Money. Oh, bei mir sind Steps. Ja, ich bin hinter dem Lift. Ich bin hinter euch. Ne, aber vor mir waren Steps. Ah, okay. Das sind Birdies. Und so ist das Palf. Das ist ein Köter. Ja. Boah, das hat mich gerade voll irritiert. Ich gucke da durch den dunklen Wald. Und sehe da was Weißes. Hab schon gedacht, da wäre einer. Sag mal, wie viele Schüsse hält denn der aus? Zu viele. Und jetzt mehr? Also ich brauche definitiv, brauche ich jetzt Money. Und nur noch vier Schüsse. Oh. Hier auf einmal ist es still. Ja. Hier ist ein Medikit. Jetzt brauche ich es nicht mehr. Scheiße. Ewigkeiten. Ey, wie weit du rennen musst für ein Medikit, Alter. Unten vom Gefängnis bis hier hoch. Ich finde einfach keine Muni-Kiste, ne? Ganz schön rar, diese Runde. Das Zeug. Aber hier ist Kompakt-Munition. Es wird schon geschossen. Hier ist eine Muni-Kiste. Hier sind die Medikits, Alter. Manchmal habe ich bei jedem Spiel das Gefühl, der Code fühlte. Gleichverteilung. Ja. Hier ist Munition. Geil, aber hole ich mehr. Alter, ich habe immer noch keine Ausdauer wieder. Die brauchen jetzt aber echt lang für die Spinne, oder? Ja. Vielleicht kämpfen wir. Ne, die schießen die Spinne ab. Los, rein. Nein. Na? Alter. Bring doch mal. Okay, einer hat einen Hit mit dem Sprengen. Oh, fuck. Oh, fuck. Die sind... Zwei sind hier draußen, weil. Auf der linken Seite hier. Warte mal, warte mal. Ich werde nachladen und mich heilen. Ist wieder reingeraten. Oh. Uh, hab noch einen. Hier ist noch einer bei mir. Ja, der rennt. Einer ist tot? Ja. Dann waren es alle. Die liegen alle drei. Okay. Oh, Gott. Oh, Gott. Puh. Einen hoch auf die Armbrust. Alter. Die Armbrust. Ja, ich habe gerade einen mit der Armbrust. Hat er doppelt Uppercut gespielt. Null. Signalfeuer. Ist unbedingt das, was ich brauche. Ihr Arschloch. Ich habe gerade einen Medikit verbraten. Also, jeder kann zwei looten, ne? Achso, ja. Gut. Ich habe den und den. Hier kann, den kann noch einer looten. Also, ich habe jetzt auch zwei gelootet. Gleich mal kurz. Aber wenn die doch hier PvP hatten, wo, wo ist der Rest? Die hatten keins. Die haben den Boss gemacht. Nee, die haben, ja. Echt? So lange? Alter. Ja, schießen ist halt scheiße. Die braucht ewig, diese Trackskirche. Und warum? Oh! Oh mein Gott. Das tat gerade weh. Einer ist da draußen. Und der andere links. Hat einen Hit. Der hier vorne, hinter der Mauer. Hiss, ey. Ich bin hier mittendrin, oder der unten. Einer ist tot. Da macht's auch einer. Oh fuck, und ich bin natürlich hier über eine Halle gelaufen. Da ist ein Wasser da unten, der Trottel. Na ja. Die High frennt immer auch hinterher. Kriegt ihr den? Ich sehe ihn nicht mehr. Der ist irgendwo da hinten im Dickicht. So einer liegt auf dem Zugwaggon. Soll ich den anbrennen, oder? Nee. Weil hier hinten bei uns ist der letzte von ihnen. tot. Mann. Wunderschön, Leute. Ich hätte hier alles nur an. Oh. Du darfst die Köder erschießen. Er hat trotzdem noch zwei gebraucht. Ja, dann lootet ihr den, den ihr gerade noch gejagt habt. Den auf dem Zug, den hab ich einmal gelootet. Okay. Aber den anderen können wir uns ja aufheben, wenn wir die Sicht haben. Ja. Den habt ihr schon gelootet anscheinend, ne? Naja, guck, ich meine, zwei Teams haben wir jetzt schon weggemacht. Doch, weil da steht, du hast keinen Platz mehr, um weitere Gegenstände aufzunehmen. Ja, das steht bei mir und bei den anderen, die wir als erstes gekillt haben, auch. Da kann ich nur einen looten. Ach so. Ich hab noch keinen gebootet hier. Wo lag der? Ach so, einen hab ich hier erschossen. Hier außen, oder? Nee. Ja. Doch, hier außen. Toll, den kann ich auch nicht looten, ey. Hm. Warte mal, wie ist die Sicht? Eh, ne? Ja. Nee, bei mir ist es... Ich hab nichts gesehen. So, dann zeige ich euch mal den, den anderen Toten. Kann nicht annehmen. Ein Team da sein. Der liegt da oder da im Zugwaggon drin. Ja. Mats, hebst du auf? Ja. Ach, der liegt hier drüben drin. Cool. Läuft doch, Niki. Was hast du denn? Ich hab doch gesagt, ich bin voll Profi. Naja. Hier ist noch lange Ahnung. Ich bin voll. Na, dann machen wir uns raus, ha? Willst du den noch looten hier? Geht da noch? Niki, hast du den hier schon gelootet? Ja, ja, ja. Okay. Kannst du sonst noch? Nö, ne, mach, mach ich. Okay. Ich muss nicht so viel. Ich geh doch jetzt eher in Ruhestand hier oder so. Besser gesagt, Prestige. Die Expertenleaker. Hör, hört auf zu lachen, sonst stecke ich euch an. Akute Waffen liegen hier rum immer. Ja, so viele Uppercuts und Krempel. Toll, jetzt krieg ich eine Haftbunde. So, haben wir jetzt schnell durchgewischt, würd ich sagen. Ja, ne? Zwei. Erstens, Niki holt einfach zwei, drei Leute. Aha. Ich hab nur zwei gekillt, glaub ich. Ich glaub nur einen. Ich hab ja angehettet. Glaube drei. Oh, der Fetzer gehört mir. Nein. Meiner. Meiner. Ja, musst du ihn da mitleveln? Nee, nicht leveln, nur meine. Ach so. Ja, dann ist es ja egal. Ja. Uwa. Hier ist noch die Box. Ach so, ich hätt's gar nicht nehmen brauchen, ich Idiot. Na, der lebt ja noch. Ja, ich will den grad mit der Armbrust killen, aber wie viele braucht der denn? Zu viele. Der hat jetzt schon drei. Oh, okay. Warte. Kriegst du's noch hin? Ja. Er ist tot. So, jetzt will ich mal gucken, ob das ein genauso schön, schön fair werk macht, wie die, wie die, wie die, das ist. Und wieder runter, oder? Ja, passiert gar nichts. So, ich hab' ich gleich selber in die Luft. Ey, da hinten war doch die Chancen. Hast du schon was gehört? Hm. Ich hör' aber nicht. Das war, das war ihr Bolzen. Hm. Sicher? Ich glaub' schon. Was, das war dein Bolzen? Ja, der Schrotbolzen. Ach so. So weit? Ja, das frage ich nämlich grad auch. Das war bestimmt nicht mein Bolzen. Hm. Ja, aber den Bolzen kannst du nicht ganz gerade hochschießen. Der fliegt extrem weit hoch, ein bisschen nach vorne dann. Ja, aber der, 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 der Knall, der war ja jetzt ein bisschen weiter weg. Hm. Okay. Oder er war im Wasser und ist so dann unter Wasser explodiert. Genau. Das könnte auch sein. Hm. Nobody knows. Ich stimme mich ja zu. Ah, Bullshit. Drei Gold. Drei Goldkarten. Warte mal, neun, elf, 13 Blutmarken. Geil. Was sind denn Goldkarten? Naja, mit goldenem Rahmen, sechs Jäger getötet, Vertragsstatus, Grenzlämme, bla bla bla. Okay, okay, okay. Ja, ich habe nur zwei gekillt, siehst du? Ich hab nur... Ich hab drei getötet und zwei unterstützte. Echt ein Tierart? Dein Terminal? Ja. Jäger medications! Nachden. 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 Und da an siehst du, validated mal? Dasreaay hat mich. Und dann haben wir immer ein, überrascht weiteres lift. Ook over das ist ja, unglaub, 싫 bringen andere Sprache. Untertitelung des ZDF, 2020